Zwei Sachen will ich jetzt behandeln, des Stücks Inhalt und meine Liebesabenteuer, sag ich euch. Nicht mache ich's, wie man's sonst in den Komödien macht, wo der Verliebte bald der Nacht und bald dem Tag, ja selbst der Sonne und dem Mond sein Elend klagt, die, wie ich glaube, um der Menschen klagen, sich so viel nicht kümmern, ob's nach Wunsch geht oder nicht nach Wunsch. Ich will lieber euch erzählen, was mir Kummer macht. Dies Stück Philemons heißt auf Griechisch Emporos, auch Titus Machius hat es Handelsherr benannt. Mein Vater schickte Handelswegen nach der Insel Rhodos mich. Zwei Jahre sind's nun, dass ich fort von zu Hause bin und dort mich in ein schönes Mädchen hab verliebt. Doch wie das alles sich ereignet, will ich euch mitteilen, wenn das Ohr ihr zu mir neigt und Aufmerksamkeit zu schenken mir die Güte habt. Ich weiche darin von der Verliebten Brauch so ziemlich ab und fange, ohne lang herumzuschweifen, meine Geschichte gleich zu erzählen an. Denn alle diese Fehler folgen ja der Liebe ins Gemein, Sorge, Gram sowie ein übertriebener Luxus. Und dieser hat nicht nur dem Liebenden, sondern einem jeden, der von ihm erfasst, schon mächtig großes Unheil angetan. Kein Mensch für wahr hat ohne eigenen empfindlichen Nachteil mehr, als sein Vermögen zulässt, sich dem Luxus hingegeben. Doch vielmehr noch folgt der Liebe, was sich nicht erwähnt. Schlaflosigkeit, Bekümmernis, Furcht, Irrtum, Flucht, verkehrter Sinn, Nachheit, sogar Verwegenheit, unüberlegtes Wesen, Ausgelassenheit, Übermut, Begierde, Neid, Absucht, Faulheit, Nachlässigkeit, Armut und Schande, wenn das gut vergeudet ist. Bald redet man zu wenig, bald zu viel. Das kommt daher, weil ein Verliebter oftmals Sachen, die durchaus nicht hergehören, völlig nutzlos sind, ganz ungelegen auftischt. Und hin wiederum zeigt Karkeit in den Worten aus dem Grund sich, weil kein Verliebter so das Ausdrucksmeister ist, dass er das zu sagen wüsste, was ihm dienen kann. Doch kommt nur wegen des Geplauders, nicht den Zorn. Am selben Tag, wo Venus mich verliebt gemacht, tat sie auch mir das an. Nun aber will ich auf das Vorige zurückkommen. Kaum war ich aus dem Alter der Efeben und hatte vom Knabenhaften kaum den Sinn hinweggewandt, fing ich mit Glut ein Mädchen hier zu lieben an und alsbald hinter meines Vaters Rücken zog mein Hab und Gut zu ihr in die Verbannung hin. Ich merkte bald, wie böse mein Vater auf mich war, wie er mich hassen musste, während ich ihm doch gefallen sollte. Da er mannte ich mich, versprach von meiner dummen Liebe abzulassen, mich, wenn es sein Wille wäre, auf die Handelsreise zu begeben, wenn ich nur dadurch mir seine Gunst erwerben könnte. Dankend nahm er es an. Er sprach mit Lob von meinem Vorsatz und war gleich besorgt, ihn auszuführen, mir zu helfen. Er ließ für mich ein großes Lastschiff bauen, kaufte Waren auf, befrachtet es damit, nachdem es fertig war und zahlte mir noch eigenhändig ein Talent von Silber, gab zu Hut mir einen Sklaven mit, der schon in der Kindheit mein Erzieher war. Nachdem dies alles war geschehen, lichten wir die Anker und als wir nach Rhodos kamen, verkaufte ich gleich, was ich an Waren mitgebracht, aufs Vorteilhafteste, machte mächtigen Gewinnen, weit größeren, als die Rechnung meines Vaters ging. So machte ich mir ein hübsches Taschengeld. Als ich im Hafen einmal dort spazieren ging, da kommt ein altbekannter Gastfreund auf mich zu und lädt zum Essen mich ein. Ich gehe hin, ich nehme Platz, ich bin vergnügt, es fehlt da weit und breit an nichts und als wir nachts nun schlafen gehen, kommt ein schönes Mädchen zu mir. Etwas Schöneres von einem Mädchen gibt sie in der ganzen Welt nicht mehr. Sie blieb auf meines Wirtsbefehl die Nacht bei mir. Seht selbst, wie sie mir gleich gefallen hat. Am anderen Morgen gleich gehe ich zu meinem Wirt und bitte ihn, sie mir zu verkaufen. Jederzeit wollte ich für den Gefallen ihm verbunden sein. Kurzum, ich habe sie gekauft und gestern mit ihr hergebracht. Nur möchte ich nicht gern haben, dass mein Vater inne würde, dass ich das getan. Drum habe ich auf dem Schiff mit einem Sklaven sie im Hafen dort zurückgelassen. Doch was sehe ich? Da kommt der Sklave ja vom Hafen her gerannt, dem ich es doch verbot. Ich fürchte, da ist etwas los. Und da ist ein Schiff mit einer Situation. Vielen Dank.